herr kommen die tägliche Teilchen er sich im letzten Part vergessen hatte ich wollte ja noch den Spielstand sichern ich sehe ich sie im Augenwinkel das meinte sie ziemlich ausgelastet mit all dem ist also mit dem Aufnahmeprogramm dem Spiel ich weiß auch nicht warum ich hoffe es wird nicht zu irgendwelchen unangenehmen Zwischenfällen kommen in diesem Part verlassen wir unser heimatliches Dorf den Kukiri-Wald oh du verlässt uns ich wusste dass du den Wald eines Tages lassen würdest Hasana denn du bist anders als meine Freunde und ich sicher hast du deine Gründe versprich mir dass wir immer Freunde bleiben ja ich möchte ich möchte dass du meine Ocarina an dich nimmst ich möchte dass du meine Ocarina an dich nimmst die Fee-Ocarina sie ist ein Andenken an Sahaja im Gegenstand kannst du sie mit Blablabla auf also auf Blablabla platzieren mit A und den C spielst du eine Melodie mit B kannst du auf oder neu beginnen sie bedeutet sehr viel wenn immer du sie spielst sollst du an mich denken das das aber ich muss jetzt leider gehen ich ich bin mir nicht sicher, soll ich das jetzt machen? Ich weiß es nicht, weil es ist so, ich könnte mir jetzt schon, ich glaube, das mache ich auch, so viel zum Thema, wir verlassen heute den Kuki, die bald, kann auch sein, dass den doch nicht verlassen, weil ich, warum verlassen, ich meine, wir können auch 100 Parts einfach hier im Dorf verbringen, ich erzähle irgendwas, das laufen durch, dumm durch die Gegend, nein, natürlich nicht, ähm, was habe ich mir gedacht, ich denke mir so, ich hole mir, na, ihr werdet schon sehen, was ich mir da hole, Ja, genau, hier, das meine ich, ich kann hier die Mitte nicht treffen, es ist ein Unmögliches, Und sag mir nicht, geh näher ran, das hilft nicht, egal, ich treffe immer nur 30, und das ist, das meine ich mit, der Control ist eigentlich richtig scheiße, Deswegen muss ich mir halt so ein bisschen helfen So, jetzt haben wir es, deswegen muss ich mir so helfen, damit ich halt dreimal hintereinander 100 Punkte mache, Es ist halt entweder, liegt entweder am Emulator oder an meinem Controller, ich weiß es nicht Fantastisch, du hast dreimal den Schwarzen getroffen Dein Talent soll nicht ohne Lohn bleiben, hier, nimm dies an dich Spuck mir einfach so eine Tasche ins Gesicht Du hast eine Munitionstasche für Deko-Kerne erhalten, in der Tasche kannst du 40 Deko-Kerne aufbewahren Ich könnte da jetzt so runtergehen, aber dazu habe ich ehrlich gesagt gerade keine Lust, ich will einfach nur all was anderes machen, ich will was anderes erreichen, so, kann ich, ach, kann ich, ja, selbst wenn ich, ja, ja, ups, nicht, ja Das ist einer meiner Lieblingssongs aus dem, gesamten Zelda-Universum Das ist wirklich einer der besten Songs überhaupt Salyas Lied heißt das Das ist einfach der Hammer, oder? Ja, man könnte denken, scheiße, wo jetzt lang? Aber das ist schon richtig, wenn wir hier lang gehen Komm, ich überhaupt Komm, ich�! Komm, ichfTOR! Komm obtained von der ersten an beim und Tod unser erster Wort ist der Aum das war unser allererster Wolf, den wir erledigt haben aber es wird auch nicht der Erd unser letzter sein so, da spuckt uns jemand Deko-Kerne entgegen so, und die Dinger können wir jetzt auch töten Deko-Kerne also Deko-Nüsse spucken sie uns entgegen und tot und und Deko-Kerne Lestort wohl die Idee sind vom oben an sich mag nicht besonders da ist doch wo es jetzt in der durchgekommen die Hände es auch so zu zutaten sagen sie sind da nicht okay ist so viel zum Thema ich erleichtern in das und holen mir was was ich eigentlich ist später holen anscheinend was ich es wirklich absolut ist später holen kann was passen ist ich dachte ich könnte es um es ein bisschen abkürzten aber neun ich könnte da gar nicht reinfallen ohr ich schnapp mich jetzt ein um eine Fee und von Leine und da habe ich jetzt zwei geschafft Um... ich bin jetzt etwas verärgert muss zugeben ich dachte ich könnte mir gleich Salias Lied holen das ist jetzt so ärgerlich ach wisst ihr was anstatt die ganzen Kackweg wirklich zurück zu laufen und gehe einfach einmal hier rein dann gehe ich hier wieder rein verlorene Wälder habe ich am Anfang vergessen vorzulesen um egal wie lange ich da jetzt für brauchen kommen ein Buch Bono 3 Rubine ich mache ich beende den Part hier ich denke ich suche jetzt die Verlorene mal so ein bisschen Geld ich brauche 40 Rubine die will ich jetzt mir alle doch zusammen sammeln dann sehen wir uns im nächsten Partie wieder und danach gehen wir wirklich raus in die julianische Steppe mein Name ist Asana ich verabschiede mich von euch wünsche euch noch einen traumhaften Tag hoffe dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und bis dahin sage ich bis zum nächsten Part tschüss m Node die